Und jetzt geht es los mit den Lambeth Bandenkrieg. Ich bin noch Stufe 3, aber ich bin zu teuflisch und mache jetzt die Mission, aber das dürft ihr keinem verraten. So, ich habe mir extra diesen Ort noch ausgesucht, um meine Todesmusik anzuhören, während ich den Todessprung mache. Gut, wir gehen jetzt zum Bandenkrieg. Ein bisschen ist es noch weit weg. Da kann ich ja nochmal ein bisschen erzählen, was mir hier bei Assassin's Creed Syndicate eigentlich so aufgefallen ist. Es gibt keine unterschiedlichen Arten mehr von Drohnen. Es gibt nur verschlossene Drohnen und die Fähigkeit, die kann man aufrüsten und mehr nicht. Es gibt nur verschlossene Drohnen in Stufen, wie ich anfangs vielleicht mal erwähnt hatte. Ja, und wir sind hier jetzt schon beim Bandenkrieg da. Ja, 100 Meter sind ja nicht weit. Ich mache Adler-Augern und ich sehe ja nur meine Leute, das ist gut. Würde ich sagen. Schließ dich uns an, Jacob. Wir treten in einen Kampf um dieses Revier gegen die Bleithers an. Kämpfen Sie gegen Clutter Strengths Gang und der Oren-Zier-Lambeth. Nun, da Mr. Stray nicht mehr unter den Lehnen, denn weil stehen ihre Chancen, Lambeth zu übernehmen, recht gut. Mögen die Besseren gewinnen. Ich finde es sehr witzig, dass er das so gesagt hat. Ja, das ist eben ein bisschen schwieriger. Oh ja, oh ja. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe ein bisschen in meine Fähigkeiten investiert, dass ich den Nahen spüre, etc. Meine Gang schlägt sie momentan gut, aber es kann sich auch ganz schnell wenden. Was wollen jetzt? Was schießen nicht erlaubt? Eigentlich gab es ja noch ein paar Feinde, aber wir brauchen ja noch welche, die uns anschließen können. Was ist, das war schon? Echt. Ohne Scheiße jetzt. Ey, das war es jetzt tatsächlich, ne? Lambeth ist 100%. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch ein bisschen noch was erzählt und so, damit das nicht so schnell geht, damit ihr euch auch was von habt. Das ist ja echt doof. Ich esse hier gerade eine Schokolade, falls ihr euch das fragt. Also, so anstrengend war es jetzt, ne? Und so schwierig war es jetzt auch nicht. Und er kann ruhig mal kurz still sein, was ich das hier sag. Ähm, naja. Passt schon. Die nächste Mission, also das nächste Video dann. Es tut mir leid, dass es nur... Jetzt momentan sind es vier Minuten da. Ähm, ja, dass es nur vier Minuten ging. Aber die nächste Mission wird die Hauptmission werden. Also, äh, was? Die nächste Mission. Das nächste Video wird die Hauptmission, die nächste Hauptmission werden. Seit langem mal wieder eine Hauptmission. Und da könnt ihr auf jeden Fall einschalten. Nächstes Video angucken. Macht es. Tut es für mich. Seid brav. Und Daumen nach oben. Danke. Danke. Danke.